Verdammt. Das kann lustig werden. Willkommen zurück zu... Äh, Quanto Break. Ja, sorry. Mal gar den Gedanken. Das solltest du dir ansehen. Ja, ja, ja. Immer muss ich mir alles ansehen. Wenn ihr mich nicht hättet, Leute. Er hat die Kombination nicht dagelassen. Aber ich kann ihn knacken. Ich brauch nur etwas Zeit. Warum glaub ich, dass wir die nicht haben? Jemand ist hier. Es ist Monarch. Ich wusste es. Ich wusste, sie würden uns finden. Ich kümmere mich drum. Du öffnest den Safe. Bleib drin. Oh, krass. Was hat sie für Augen? Okay. Aber Monarch gibt's doch noch gar nicht, dachte ich. Sie wurden in dem Moment entdeckt, als sie ankamen. Sie hatten niemals eine Chance. Sie waren auf einer Selbstmordmission. Ja, aber ich bin niemand, der einfach seine Waffen niederstreckt und kampflos aufgibt. So war ich nicht und so werde ich niemals sein. Er ist Trojan One. Nähere mich dem Labor. Ende. Denken Sie daran. Der Befehl lautet, sie lebend zu fangen. Monarch Actual ist auf dem Weg. Verstanden. Leute, ihr existiert eigentlich noch gar nicht. Bleib sofort stehen. Wo ist das Mädchen? Hey, 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 hey. Ein Moment. Immer mit der Ruhe. Was ist das Problem? Auf die Knie. Sofort. Wer hat eine Waffe? Verdammt, warum geht das denn nicht mehr? Na gut. Dann machen wir es eben wieder old school. Locken. Raus. Locken. Und in den Kopf. Endlich mal wieder ein bisschen Action. Was ist der Status? Sie hat Unterstützung. Ich weiß nicht, was er ist. Der Befehl lautet, die Mission leise und sauber aufzuhören. Sie haben uns keine Aufmerksamkeit. Ich kann es euch sagen. Ich komme. Haltet die Stellung. Ihr wolltet sagen, er ist gut aussehend. Toll. Einfach phänomenal. Hast du gerade gesagt, du bist leer? Und? In your face. Ich muss sagen, langsam werde ich richtig gut da drin. So, haben wir das. Möchte noch jemand? Ganz augenscheinlich. Ja. Du musst das nicht glauben. Ich weiß, ich bin zwar göttlich, aber... Ziel im Fadenkreuz. Wir müssen ihn flankieren. Was ist das doch? Wo, 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 wo. Weg mit dir! Hab dich gesehen. Tut mir leid. Okay, das war gelungen. Ehrlich gesagt, das ist mir scheißegal. Noch wen? Och, was denn? Ist der Spaß, sind wir schon vorbei. Ihr seht sowas von bescheuert aus mit eurem zerrissenen Superman-Cape. Och, nö. Tu nicht das, was ich denke, das muss so. Denk dran, Paul. Ich bin schneller als du. Gib mir das Gerät. Komm mit mir. Wir können das gemeinsam überleben. Du weißt, es ist nicht aufzuhalten. Aber du... Ich sehe es in deinen Augen. Du weißt es. Warum ruckelt das? Wenn du falsch liegst. Hm. Nein! Sie haben Beth erwischt! Wow! Jetzt noch nicht. Ich habe keine Kräfte mehr. Kann das mal jemand wieder zuklappen, bitte? Oh, nein. Wir erschufen Ground Zero. Okay. Sorgten dafür, dass es genauso kam, wie es sollte. Jedes Teil fiel an seinen Platz. Außer eines. Die Explosion hat was bewirkt. Sie schickte sie ins Jahr 2016. Genau in das Jahr, aus dem sie gekommen sind. Irgendwas hat sie dort festgehalten. Wir müssen wissen, wie sie das gemacht haben. Glauben Sie, ich wollte zurückkommen? Ich wurde weggezerrt. Alles, wofür ich gekommen bin, war noch dort. Zurückgelassen. Ah, na endlich. Arme Beth. Nein, 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 Beth! Beth! Ah ja, ein Geister, Serene. Los, steh auf! Beth, steh auf! Ich bin ein... Oh, wir sind alles Geister. Bitte, Beth. Beth! Du musst aufstehen, okay? Nein, sie hätten so ein schönes Paar werden können. Los, 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 Beth, na los. Na los, bitte, bitte. Beth, beweg dich! Boah, tu das nicht! Tu's nicht! Nein! Oh nein. Ich liege richtig. Du kannst nicht... Nein! Fuck! Nein! Nein! Scheiße, trotzdem war sie uns allen ans Herz gewachsen. Was sie als nächstes taten, war also nicht persönlich? Nein! Was denn? Nein. Kapitelende, oder? Liebe Freunde, ich glaube, es wird Zeit, sich zu verabschieden. Wir gucken das Video noch zu Ende und danach machen wir Schluss mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir doch ein paar liebe Kommentare, dann ein paar schöne Likes und gerne auch ein Abo. Ich freue mich. Los, klick jetzt auf den Abonnieren-Button oder warte einfach, bis das Outro kommt. Dann hast du einen hübscheren, kleineren, kürzeren Weg. Dann bin ich unten rechts, mein Wolfs-Logo. Klick drauf! Mach mich stolz auf dich! Ende von Akt 4. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht den Tag zum Schöten eures Lebens und liebt, was ihr habt. Macht die Welt zu einem besseren Ort, als ihr sie vorgefunden habt. Und bis dahin... Euer Wolf. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja. Untertitelung im Auftrag des Bl Instead. Bis zum nächsten Mal.